Da war ich wieder zu langsam und hab... Nicht richtig mitgedacht. Das heißt, wir werden ein Dwarven Settlement erbauen. Autsch! Wo kommt der denn her? Oh, ich hab das Problem, ich krieg ihn irgendwie nicht tot. Oh, ich hab das Gefühl. Es wird ein schnelles Bisschen geholfen. Verwalt ist nicht in den Karten. Mehr Bisschen, Ihre Majestät! Marke Dave, wir brauchen... Oh, da oben ist ein bisschen zu viel los. So. Ein Dwarfen-Settlement, bitte. Das war einer meiner Wachtürme. Das wird nicht gut ausgehen, glaube ich. Wir starten. Ich will diese Quest jetzt nicht abbrechen und die andere versuchen. Oh, dieses Weiß ist genau das Drum. Ja, auch gut. Okay, erforsche ich erstmal nur... Jawohl. So. So. Wir gehen jetzt ganz schnell auf Zwerge. Als andere ist Zeitverschwendung. Soverein. Soverein. Dein Schmiede. 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 Die Schmiede. Dein Schmiede. Dein Schmiede. Dein Schmiede. Die Schmiede. Die Schmiede. Die Schmiede. Die Schmiede. Seine Sex verpr McLaren. So. Dein Schmiede. Dankeschön. Thankworthy. Wie gesagt. Dankeschön. Ich aber eineop Euro. Achso. Das heißt, wir suchen wieder die beiden Markören. Dankeschönes. Dankeschön. 175!! So, als nächstes können wir uns darum kümmern, den Marktplatz auszubauen, weil sonst kriegen wir kein Geld. Und da muss irgendwann, glaube ich, ein zweiter Marktplatz hier, sonst wird das Geld zu knapp. Oh, das ist echt geil. Ein Schuss, Teld ist tot. Kommt, ich brauche das Geld, um den Marktplatz abzuwählen. Na, so wie es aussieht, haben sie es jetzt auf meine Dwarfengilde abgesehen. Hast du gerade wirklich den gegnerischen Held geheilt, der jetzt wenigstens tot ist? Víctor! Tax collector! Praise Doros! Sovereign, a building has been upgraded! Another day, Krypto! I'm on my way! Okay. More gold, your majesty! Tax collector! Marktplatz weiter verbessern, ist das nächstes immer noch das Ziel. More gold, your majesty! Moment mal, warum kommt von da jetzt Karawanen? Karawanen! Tax collector! Ups, das war die Fetsche, dass ich wollte auf die Research-Taste. Sovereign, dein Marktplatz ist jetzt besser. Ah, ja, super nervig. Der heizt sogar seine blöden Rocks. Aber auch die Flattermänner machen irgendwann einen Abflug. Ja, das Problem ist halt, hier kommen welche her, aber hier sehe ich... ...hat nirgendwo... ...hier sehe ich einen Siege-Marker. Und zu denen gibt es auch keine Beschreibung. Das ist ja das Blöde. Ich weiß halt nicht, kommen hier Karawanen her? Kommen hier unten irgendwo Karawanen her? Oh, wir haben genug Geld, um den Marktplatz abzugraden. Und da müssen wir auf einen zweiten Marktplatz sparen. Weil unsere Mitte ist im Augenblick recht sicher. Sovereign, ein Gebäude wurde aufgerichtet. Okay, der fährt hier am Siege-Marker vorbei und da hinten rum. Die fahren von Siege-Marker zu Siege-Marker, habe ich das Gefühl. Ich sehe hier nur leider keinen Siege-Marker auf der Seite. Ich kann ja schon mal ein bisschen damit anfangen, indem ich... Ich will ja nichts sagen, aber mein Dwarfengild ist schwer einzureißen. Was auch immer du vorhast. Okay. Nee, halt. Erst will ich den zweiten Marktplatz haben. Das ist wirklich wichtiger, als... ...jetzt gerade das Geld abzufangen, weil sonst stehe ich wieder weiter hinten. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade recht geschützt. Die meisten gegnerischen Sachen überleben ja nicht lang genug. Genau. Jetzt kann ich einen Marktplatz bauen. Hier hinten, da ist es auch nah am Garthaus. Ja, und die Reichweite vom Dwarfen-Settlement ist auch... ...unglaublich hoch. So, Marketay. Und dann werde ich erstmal doch lieber die Front verstärken. Erstmal hier den Marketay erforschen und Healing Potions. Da können wir nämlich immer abwechselnd... Oh, da wurde mein Paladin überrannt. Soverein, ... 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